Hallo und herzlich willkommen bei Fishing Planet. Heute machen wir in New York Emerald Lake, das Turnier mit dem Kettenhecht, oder vielmehr, ja man kann eigentlich jeden Fisch fangen, aber der Kettenhecht bringt halt am meisten. Gewöhnlicher bringt 10 Punkte, der Trophäengröße 15 und der einzigartige 35. Zu gewinnen gibt es 31.800 für den ersten Platz, 10 Baitcoins und eine X-Serie Castingspoon, 21 Gramm 3.0, für den zweiten den 21.200 und 5 Baitcoins und den gleichen Castingspoon und für den dritten Platz 10.600 und 1 Baitcoins und den gleichen Castingspoon. Das Ganze ist bei Sonne, bei 17 Grad, also es fängt um 14 Uhr an. Ja, mit dabei ist der Underwater Frank und der Lutze Mai und noch einige andere Leute aus dem BAT. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen. Ich gehe direkt über Uni-Zeit los. So, Petri. Petri. Ja, wir sind gerade rein. Petri. 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 Oh, bei mir knallen sie hier draußen schon wieder. 49 Meter habt ihr gesagt, ne? Ja, 49 oder 48, aber du musst halt gucken, dass das Schilf, diese Kante, dass deine Pose eventuell genau gerade drauf liegt oder ein bisschen links davon, das wäre ja am besten. Wenn die zu weit rechts liegt, hast du überhaupt keine Bisse. Ja. Scheiße. Wie fixst man den Bug, wenn man den Bug nicht hat? Welchen Bug? Welchen? Wenn man den Bug nicht hat, zum Schauen. Ja, das ist, dann kannst du es knicken. Hast du den nicht? Nee. Warst du angemeldet? Du bist ja am falschen Tag wahrscheinlich. Warte, ich hab dich gar nicht angemeldet. Nee. Oh, okay, oder? Hab's ja eben extra gesagt. Ja, und hab ich das Spiel gestartet, hab ich nicht angemeldet. Oh, man. 2 bin ich. Okay, z. Können wir aufhören, oder? Geiles Game, ey. Das hieß ich auch nicht automatisch registrieren. Das ist ja nichts. Ja, lautet, ne? Ja, Paul hat auch schon einen. Ah, direkt hinter dir. Paul, dann sind wir direkt, ja genau, Platz 3 und 4 jetzt. Ja, super. Der Köder wurde gefressen, oder ist vom Haken? Ja, siehst du. Ja, das hast du ab und zu mal. So, jetzt wollen wir was sehen hier vom Meister. Ja. Ich bin ja ganz alleine im Chat. Cool. Ja, ich bin bei... Paul ist bei mir drin. Kitz Kallis bei mir drin, glaube ich, oder? Den, ja. Ja, ich bin bei Paul, glaube ich. Ne, ich bin nur... Ich hab dich überholt, Frankie. GZ. Naja. Und hier könnt ihr übrigens... Hier könnt ihr übrigens animieren, ne? Das bringt auch was. So, ich hab, glaube ich, ein Trophy. Oh, das könnte sogar ein Unix sein. Oha. Das ist ein Unix. Ja, Unix beißen schon. Ja, ich hab den ersten. Holen wir mal raus. Gleich mal Platz 1, dann. Äh, glaube ich wie auch. Platz 1, 45. GZ. 2,964. Danke. GZ. Ja, das zu mir macht Spaß, ne? So, abbrechen, abbrechen. Ja. Oh, Zinke ist auch. Tim ist auch. Luzi auch, alter. Love Shaker auch, alter. So viel BAT ist hier. Also, ab 14 Uhr ist dann Unix-Zeit. Ja, ja. Ja, direkt Unix-Zeit. Ist ganze Zeit Unix-Zeit. Ja, BAT-Laden lebt, ne? Die wundern sich bestimmt jetzt alle. Wo, wo kommen auf einmal die ganzen BATler her? Weißt du, die ganzen, ganzes Jahr kaum einer Wettbewerb gespielt. Und jetzt auf einmal hier eine ganze Woche durch. Ja, so Vereinzelte haben ja auch zwischendurch Turniere gemacht. Ja, ja. Der Suns of Energy, das Lönne. Ja, das waren schon ein paar. Die Kaul-Quappa hat zwischendurch auch gemacht. Stimmt, ja. Wir hatten ja mal bei Louisiana, hatten wir ja auch mal gemacht, ja. Ja. In Michigan habe ich eigentlich jeden Tag mitgenommen. Meistens. Ich habe glaube ich einen Trophy, oder? Ist das normal? Ne, ist normal. Nutzi, jetzt sind wir gleich wieder der Gleichstand. Muss halt nur so weitergehen. Oh, wir sind nur ein paar Gramm auseinander. Nutzi, wie gesagt, wenn du Platz 1, 2, 3 bist, höre ich direkt auf. Ach nö, mach ich mir jetzt das wieder auf. So, ich muss aufhören. Ja, der ist ja 2. Ja, ich meine zum Ende. Ich höre extra 5 Minuten vorher auf, mache da eine Pause. Dann gucke ich mir an, wo Nutzi ist und dann... Ich darf halt bloß keinen Anschlag verhauen, wie das letzte Mal. Da habe ich 4 oder so verhauen. Ja, aber manchmal kannst du es gar nicht beeinflussen, weil... Du musst ja mal über Handschlagen. Du musst ja manchmal einschlagen. Ja. Ja, manchmal ist es halt wirklich so... Ich habe auch den Juni. Ja, verhauen, ich habe auch verhauen. Ich habe einen Juni. GZ. Ja, ist noch nicht draußen, aber ist dran. Ja, dann hast du ein bisschen mit Luzzi Platz 1. Ja, GZ. Komm schon, Dicker. Jo. 3 Kilo. Sauber. Das ist so. GZ. Okay. GZ. Screenshot. Nutzi Mode on. Ja, bis jetzt. Ich habe mir sogar Sprachaktivierung dazu. Ich habe mir sogar Sprachaktivierung dazu gekauft. 3 Kilo, komm, machen wir einen Screenshot. Ja, habe ich. Mach ich auch. Jetzt bist du spät. Jetzt bist du auf Platz 4. Nö, noch sehe ich mich auf Platz 4. Bei mir nicht mehr. Bei mir bist du auf Platz 4. Also 3 Unis ist Pflicht auf alle Fälle. Ja. Ja, mindestens. Oh, ich habe auch... Bei mir ist der Nächste. Oh, nutze mal GZ. Okay. Du hast Trophy? Nee, normaler. Normal. So, ich habe, glaube ich, einen Trophy. Mal gucken. Oh, Paul. Ich habe wieder kein Glück mit meinen Trophys. Ja, ich habe einen Trophy jetzt. Ich habe einen Trophy. Was bringt die? Wie viel? Trophy bringt... 15. 15, okay. 15. Und Uni 20. 35. So, Platz 1, 2, 3. So kann es jetzt bleiben. Ja, das wäre cool. Ja. Okay, du bist vielleicht nochmal... Äh, jetzt, ja. Oh, Mann. Gölder gefressen. Hatte ich auch den ersten Mal. Das ist geil, ne? Guck mal, Platz 8 noch BRT. Und Platz 10 noch BRT. Ich bin raus. Ja, jetzt bist du gerade raus, ja. Kommst gleich, kommst gleich wieder. Oh, ich habe den nächsten. Äh, nicht so eine Randale. Döffelchen. Ja, ich hätte jetzt mal so... Oh, fuck. Der nächste Antipro vote. Ach, scheiße. Also du kannst rechnen, jede Stunde ein Unique. Wenn alles gut läuft. Wenn ich mal einen grünen hätte, wenigstens. So, Tim, ich muss dich jetzt leider von Platz 1 runterstoßen. Nein, nein. Ja, denn du hast auch einen dran. Habe ich. Hast auch einen dran? Ah ja. Luzi auch, lol. Er läuft. Ich glaube, ich könnte wieder... Ist das ein Trofi? Nein. Ja, Platz 1. Ich habe eine Flaute-Faser. Und PZ. Nein, nein. Das ist ein Trofi, oder was? Ah, Zimperle. Ich habe noch keinen Ancient-Trofi gefangen. Nein, ich auch nicht. Das sind normale. Ich habe alles nur normale gefangen. Ich auch. Ich habe einen Trofi. Ich habe, glaube ich, einen normalen. Kennst du das, wenn du den Joghurt holst und du mit der Kuchengabel zurückkommst? Nee. Das wäre blöd. Was ist das? Was ist das? Aber nochmal aufstehen lohnt auch nicht, oder? Naja. Das ist wie nachtig. Ich zinko. Ich habe sieben. Geht's jetzt. Neu. Kitzkalle, Platz 9. Ja, aber bisher nur normale. Paul. Na, da kommt der Paul jetzt auch langsam. Ich habe wieder einen. Aber Luzi, du angest wieder mit Scheiner, ne? Ne, ich habe auch große, Herr Ritzel. Ich habe Scheiner. Ich habe auch große. Ah, ich habe auch wieder einen. Mal gucken. So, ich verhau den Anschlag, ne? War normaler. Weiß. Also vor uns beiden üben, den Uni, den hatte ich mit Scheiner. Aber jetzt mache ich mit Kugel, Herr Ritzel. Na, ich bin die ganze Zeit mit Scheiner. Ich habe auch Herr Ritzel. Auf den wechsle ich nachher mal auf die Herr Ritzel. Äh, Herr Ritzel. Köder wurde zu weit gezogen. Da weiß ich nie, ob der noch dran ist oder ob er weg ist. Normal sollte er noch da sein, glaube ich. Nee, der Köder. Achso. Ist er da. Ja, auch nicht immer. Mal nachste troffen. Dann kommt aber normal immer einer. Glaube ich auch nochmal ein Trophy. Oh, jetzt habe ich auch, glaube ich mal was Grünes. Ja. Naja, das ist normaler, das ist normaler. Bei mir könnte es grün. Das ist normaler. Könnte. Oh, Luzi, ich habe noch 100 Punkte. Ja, und das ist gerade mal 40 Inke Minuten rum. Also wenn es hochrechnet, könnte es 350 vielleicht wären. GZ-Laufschick. Oh, Bauer ist auch schon wieder da. Der hat mir letztens mein... Ich habe schon wieder mein Mikrofon gemutet gehabt. Dankeschön. Ja. Verhauen. Ja, ich habe auch schon einen verhauen. Kakao hier gönnen, ne? Wenn ich nichts... Wenn ich nichts passen. Oh, ich habe schon wieder heute. Ich habe auch schon auf Platz 17 gerutscht. Aber ich habe auch so, ne? Ah, ich habe wieder einen. Eins, zwei, drei und fünf. Sag mal, Moment. Ja. Und sieben. Und zwölf. Und zehn. Und zehn. Und zehn. Und vier. Oh, verhauen. Fuck. Ich glaube, ich könnte was Unimäßiges haben. Wenn die Bremse ins Orange geht, dann ja. GZ. GZ. Danke. Oh, der Jörg ist am Stream. GZ. Roger. Moin. 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 GZ. Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier im TX. Gibt demnächst auch fünf Euro ins Phrasenschwein. Doch für ein, aber... Oh, oh. Ich habe einen Trophy. Ich habe auch einen Trophy. Trophy wäre schön. Ne, ist normale. Na, Todi, in einer halben Stunde haben wir Zeit. Wie geht das geangelt los, Alter? Wie geht das geangelt, wie er los? Ich bin wieder auf Platz eins. Ja, geht's hin. Danke. Sebastian, was ist los mit dir? Alter. Wir sind sieben? Ne. Sechs BHTler hier. Ja, aber du bist abgedrängt. Ja, zweimal verhauen, ne? Zweimal verhauen. Ah, schlecht. Ah, kommt gleich, kommt gleich der nächste Junik. Ich habe überhaupt noch keinen. Aber Zeit, ne? Erst eine Stunde brauchst du auf jeden Fall einen. Sonst schaffst du es nicht irgendwie. Sonst schaffst du es nicht. Der nächste, mal gucken, ob es ein Trophy ist. Schiedskalle. Auch wieder ein Trophy. Ja, ich bin in der Führung. Yay. Oh, jetzt kommt, glaube ich, ein Trophy, oder? Ja, das ist ein Trophy. 15 Punkte, dann müsste ich. Oh, Lutze, guck mal. Ah, okay, Platz 4. 1, 2, 3, 5 und 10. Ja, fast. 1, 2, 3, 4, ja, sauber. Aufhören. Super, die haken ja gar nicht. Das wird wieder nur normaler sein bei mir, oder? Ich sehe es noch nicht. Wenn die Spannung zu niedrig ist, dann ist bloß normaler. Bringt alles Punkte. Ja, 10 Punkte ist auch gut. Ja. Ich hätte nicht... Ah, nee, das bist du gar nicht. Ja, normale. Zwei Unis in einer Ingame-Stunde. Wer, du? Wer, du? Ja. Oh, leu. Ich habe 14,58 und habe den zweiten rausgeholt. Alter, geht's jetzt? Fick. Das ist gut. War meiner, der nicht gehakt hat, ne? Hoffen wir es mal gut. Mal normalen. 80 Punkte habe ich. Ja, Luzi, das könnte der Sieg sein mit vier Unis, ey. Nein, nein, aber ich fange wahrscheinlich an. In der zweiten fängt der keinen, eben. Ja, das ist gut, aber wenn du sagen wir noch normale und Profis weiter fängst. Ja, hoffen wir. Ja, ich habe wohl auch keinen Anschlag vorhauen bis jetzt. Das ist gut. Also bei dem Spiel mache ich nichts mit dem Controller. Da haue ich mit der Maus. Bei allem 170 in der ersten Stunde. Ja, das ist schon gut, ja. Ich habe es jetzt 15.03 ist jetzt bei mir. Also wenn du jetzt 340 Punkte irgendwie oder 350 machst, da kannst du sicher sein, dass du auf Platz 1 bleibst. Äh, meinst du nicht. Aber wenigstens Top 10 oder Top 3 wäre schon ganz cool. Gibt es jetzt, denke? Gibt es jetzt, denke ich. Jo, sehr schön. Gibt es jetzt. Ich bin halt im Überlegen, ob ich nach der Hälfte der Zeit auf den Scheiner wechsle. Auch wieder ein. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin ja auch gerade mal liegen, weil ich habe jetzt die letzten drei, vier waren nur normale. Ich sehe ich gut, die große Elfritze. Auch die der Verhauen. Solange das dritte Mal verhauen. Dreimal. Ja, das hatte ich bei letztem Mal Glück. Ja, wenn du so oft verhaust, dass das... Ja, wenn es dumm kommt, sind alländischen 30 Punkte, die du fehlen. Wenn es jetzt nur normale gewesen wäre. Ja. Bei mir tut es gerade nichts. So oft war es jetzt mal... Ich habe auch gerade voll das Loch. Gar nichts. Oh, das kann doch nochmal eine Uni sein. Ja, das ist ja jetzt zweite... Zweite Stunde hat er jetzt angefangen. Die Unis sollten jetzt ja wieder... Der Kühler wurde gefressen. Ja, komm. Ja, dreimal habe ich das jetzt schon gehabt. Ja, den habe ich auch schon. Ich jetzt das zweite Mal. Da kannst du ja nichts machen. Das ist ja kein Verhauen eigentlich, ne? Hm. Sieben, B.R. Taylor in der Top 10. Oh, komm schon, sieh ab jetzt. Na, dann wäre ja für die Mannschaftswertung wäre das ja gut, war? Ja, auf jeden Fall. Oh, der Nächsten. Ich habe... Oh, oh, was ist das? Ein Fisch. Das könnte ein Trophy sein. Ja, das ist ein Trophy. Ja. Na, 15 Punkte, dann bin ich... Ja, Platz 2. Sollen, wie die BRT-Laufgereiht sind da. Das ist geil. Oh, guck dir das mal an. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Das ist doch mal eine Ansage, ne? Das ist doch mal eine Ansage, ne? Das ist doch mal eine Ansage, ne? Und das bei so vielen, die jetzt angemeldet sind, ne? Kiez-Kalle, GZ. 243. Angemelder, ne? Das war zwei. Aber kommen wir noch viele, die aus Spielen anfangen zu spielen. Ich habe auch nochmal einen Unique. Danke, GZ. Danke. Ja, mein Unique kommt auch gleich noch, hoffe ich. Ich hoffe, ich kriege die Stunde auch mal hin. Ja, ich könnte auch nochmal einen gebrauchen. Das ist aber ein Großer. Der geht richtig gut in die Bremse. Glaube ich zumindest. Da ist der Tim gleich Platz 2. Oh, ne, so groß war er jetzt, ne? Hauptsache Uni. 2,4. Das ist egal. Ja, ja, ist geil. Das ist doch schon ein Dreier als Zweitwert. Das ist doch schon ein Punktegleichstand C da der Dreier dann. 3 Kilo ist gut. Oh, ich habe jetzt auch wieder einen. Drück mir die Daumen jetzt in den Runden. Ich glaube, ich würde bloß ein Normal. Ne, es könnte vielleicht ein Trophi sein. Ein Trophi. Ja, das könnte... Gucken wir hoch, die... Ja, oh Gott, hast die Spannung verloren. Er ist ein ganz kleiner. Der Lutzer zieht ab, da. Wenn das weiter so Stück für Stück geht, dann könnte es vielleicht... Das ist super, ja. Guck mal, die Hälfte der Zeit ist auch nicht mal rum. Nein, ich habe nur 25 Minuten noch jetzt. Da habe ich einen Verhauen. Was war bis jetzt um so? Die Top 3 oder so? Um die 3,5? Nein, 20, ne, 33. 330 so, ne? Okay. Ja, 340, denke ich mal, da bist du schmuck dabei. Ich habe mal ein Trophi. Oder sogar ein Unique? Nein. Nein, nein, nein. Trophi. Ah, wieder ein? Ist doch nicht. Okay, zimmelt auf... Ich glaube, ich wächst mal auf Scheuner. Äh, genau. Weiß. Boom, zieh ab. Aber ich glaube, da kommt mein zweiter... Ah, vielleicht... Ein kleiner Uni oder ein großer Trophel, schau mal mal. Ab. Wo geht's? Danke. Da geht's, glaube ich. Das ist der Unique. Ja, geht's halt. Ja, auch mal kleiner, sorry. Ja. Brauchen wir mal einen kleinen... Könnte ein Trophi sein, aber vielleicht auch ein normaler. Ne, ist normaler. Bleib ich gleich. Ja, mit der Ausrüstung merkt man das eigentlich gleich, ne? Das... Tim, ist doch gut, dass du die Aufnahme an hast. Ja. Ich denke, angelst du durch die Büsche, oder was? Ja. Okay. Gut, da ist der Nächste. Aber ich habe bis jetzt nur einen Unique. Ich auch bloß. Mach, der Köhler wurde gefressen. Oh, 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 das ist der Nächste. Jetzt habe ich den nächsten Unique dran. Spannung geht immer runter, aber... Ja, mal gucken. Erstmal mal schauen. Komisch, die Spannung geht so hoch und runter. Na, könnte auch ein Trophi sein. Ja, wenn der Meter auf dich zu macht, geht die runter, ist klar. Ja, ein Trophi. Zweite Unique fehlt noch, da. Gezett. Ja, der fehlt mir auch noch. Ich habe nochmal ein Trophi. Dass die Stunde um ist und der beißt nicht. Gut, ich habe noch eine halbe Innengame-Stunde. Ja, ich auch. Ich habe auch momentan aus der Top-Ten den schwersten, ne? Ja. Ja. Den siehst du mit über zwei Kilo. So, jetzt gehe ich mal auf den Steg. Ja. Das geht ja nicht so weiter. Kommt so mich zingen da. Ja, und dann, wo werfe ich dann hin? Da hinten zum Schilf auf 50 bis 49 Meter. Aber so nah am Schilf dran, oder was? Oh, Lutz, du hast da nochmal einen großen. Wie, einen großen? Nö. Oh, nee, das war ein normaler. Ganz normaler. So, 48 Meter, ja? Ja, ich bin nochmal zwischen 45 und 49. Stell noch die Schilfkante da hinten, weiß, hinter das Krautfeld. Schilfkante. Kommt sie ab? Oh, was ist das? Was ist das? Das könnte der Unix sein? Ja. Oh, bei mir nicht. Oh, eigentlich das ist der Zweite, oder? Komm. Komm, 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 sei ein Unix, ey. Na, was ist es? Nee. Oder? Ach, wieder ein Trophy. Shit. Nee, nee, ist ein Trophy. Ja, der Chat manchmal hängt er manchmal wieder an. 1,7, der war 1,79. Das ist knapp am Uni dran, ne? Knapp, ja. Ich glaube, ab 2 Kilo ist Uni oder so, ne? Ich glaube, ab 2, ja. Wenn ihr jetzt noch ein Uni beißt, dann hole ich ja richtig gut auf. Äh, ja, toll, super. Nur Spannung. Ich mach das auch immer so, dass ich auf 49 reinhole. Und wenn jetzt, sag ich mal, äh, 30 Sekunden, äh, kein, kein Dings ist. Der Pantoffel. Dann hole ich immer mal einen Meter rein und dann geht das ein. War schon gar nicht liegt, muss man sagen, ne? Ach so, das von Bibi da oder wie sie heißt. Oh, das ist schon, ja, Ohrwumgefahr. Oder ist wieder einer. Der Burner. Nee, auch was meine flaute Phase, ja. Da war wieder die nächste Spender. Also hast du Daumen nach oben gegeben, Pantoffel, oder? Ja, einmal, selbstverständlich. Die Platze, also, von den 180.000 war ich bestimmt 150.000. Alle meine Accounts, einmal durch. Aber was ist denn jetzt hier, weiß nix. Bei mir auch nicht, ich schmeiß neu aus. Bei mir ist, bei mir ist auch gerade irgendwie scheiße, ich schmeiß auch neu aus. Ja, ihr habt vergessen, die Fische zu bestessen, ne? Schade, irgendwie war gerade der Wurm drin. Bei mir Haken, die Fische. Was hatte ich das letzte Mal? Na, Dande ist auch nicht schlecht. So noch 18 Minuten. Ja, ja. Ja, Dande, ne? Das ist gut. Aber mir fehlt eigentlich in der Ingegenstunde noch. Na, vielleicht hat er denn von der anderen Stunde mit rübergenommen. Vermutlich, ja. Denk ich mir auch schon. Wieso, ist man limitiert auf einen pro Stunde, oder? Das ist meistens so. Fängst du nur bloß eine Stunde im Turnier an. Oh, oh, oh. Dann das Inferno. Oh, oh Gott. Warten hier wieder hoch und runter. Hab ich gerade auch. Inferno. Alter, passt die Spannung auf. Alter, beinahe weg. So 10 Punkte. Mein Prime. 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 es geht gar nichts mehr da muss man auswerfen dann geht es aber im chat ganz ruhig bei mir auch nicht ja bei mir ja ich muss aber noch mal auswerfen ich hab dir kurz geworfen ok hat ein spotlight gesehen ja den film saugeil oder gut ja ich finde ihn auch gut ich fand den extrem gut gemacht ja wenn man sich mal überlegt in den wahren hintergrund das vierte mal ein u-bo dran wenn ich vier mal in dem scheiß turnier also dann in die nummer gefangen hat dann da das wirklich in drei unis weg mein zweiter ist weg nicht mehr auch nur den einen aber gut platz 18 im moment gibt es doch nicht oder er ohne dass ich punkte alter verholen hat noch mal ein klein aber da bringt mich nicht wirklich weiter und das punkt das stimmt aber schade mit einem kompletten im moment nach vier verhauen das ist halt ganz ist eigentlich gar nicht habe eigentlich nur zweifach gefressen trotzdem fehlen mir jetzt 60 und 85 punkte auf den ersten so letzte stunde ja ja die klick an alle danke 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 auch so jeder geht generell nichts oder die mögen schweine auch nicht aber 06 hallo was geht mit euch hier ab boah conny hier den dritten unic ich glaube meinen habe ich verhauen meinen dritten ja ich habe auch vier stück verhauen da wird auch der unic bei gewesen sein mal zwei minuten noch wo wir den rest noch mal mit rützen ich glaube ich habe ein troffi eigentlich könnte pantoffeln ja mal ein bisschen moderieren hier eine spannung und so gerade aber so ein prime video weil ich für filme gucken möchte habe ich letztes mal so die komplette video durchgeguckt da ist gz gar nicht viel oder was da hat sich halt doch was hast du eine unie oder was ja 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 ok 12 years a slave ja also spotlight war schon genial gemacht fand ich da muss ich noch gucken ich war gestern in get out war der ist geil der ist habe ich gehört der soll gut sein der ist richtig gut was das actionfilm horrorfilm horrorfilm der einfach richtig eskaliert der film da geht halt geht halt es geht halt geht halt eigentlich ganz ruhig los ne naja der anfang ist so gutschuldig aber dann rastet er richtig aus der film und das schauspieler ist auch richtig gut ey der spielt dann doch unbekannt aber ich weiß gar nicht wie heißt es richtig unbekannt aber der ist richtig gut wenn der film zu einem späteren zeitpunkt rauskommt kurz vor den oscars hätte er glaube ich gewonnen aber jetzt ist schon wieder zu viel zeit bis den nächsten oscars hast der film wieder vergessen wird ihn alleine schon nicht gewinnen lassen weil die ja da weil die ja da probleme haben mit den schwarzen und so und da ist die diskussion da und dann ist er wirklich den oscar gewonnen oder zu lange her bis der nächste oscar da kommt und persönlichen rücker wer ist denn da 2,9 geht gerade gar nichts mehr ich habe ein trophy jetzt nochmal dran bin jetzt schon auf platz 11 abgerutscht ich bin schon platz 8 wenn das überhaupt ein trophy ist ihr wisst aber auch im moment gar nichts platz 13 das geht deutlich schleppender als am anfang also nutze wird denke ich mal platz 1 bleiben glaube ich auch ich habe mal wenn er jetzt noch 2 3 trophies also zahlt ja nicht nur so negativ hier ach schon wieder der hängt nicht ey so 1 1 0 dann bist du hast doch gar 150 punkte ich denke mal ich denke mal und ich würde da nicht mehr arbeiten ob ich würde da noch und ich würde aber noch ich habe ich habe ein unique dran ein zweiter unique denn wird doch mal zeit der fehlt mir auch noch der zweite warte mal warte mal warte mal ja oh doch doch das ist ein unique kleinere zwar aber frankie sind sie alle unique yo gerade der platz oh danke wo ich schon der jetzt ist danke 1,9 ganz leicht aber ich habe noch ein 2,9 egal es kommen 30 punkte eben das ist ja egal bei dem wettbewerb gewicht ist scheiße ja deswegen ja das ein hoher reicht ja schon damit du bei punkte gleichstand ja ausgleichen kannst ich glaube ich habe einen troffen dran ja das war das war jetzt aber halt nur mein zweiter ne hätte ich jetzt das ist halt wo wärst du dann da wärst du genau bei 300 jetzt jetzt im dritten jahr ja ja und vier stück verhauen ne also hast du schon ein verhauen ich habe noch keinen einzigen verhauen bis jetzt ich habe alle alle verhauen ja ding also bis jetzt toi 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 läuft ja dann soll es dabei bleiben dass du da keine ich musste bis jetzt erst einmal einholen weil nichts gebissen hat ansonsten natürlich bei jedem ausgeworfen ich muss ich musste zweimal schon einholen ich auch also dann klein ja bei mir dann halt dann schlägst du an oder die hängen dann nicht weißt du ja 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 10 20 punkte krise noch zusammen ja 20 sollten hoffentlich passen ja aber die anderen sind auch relativ nah dran guck mal die haben auch plus 40 rückstand die haben vielleicht in der dritten uni noch gar nicht gefangen ja der präsen ist unter dante ja ja der dante hat schon dabei ja gut der hat aber auch schon 50 punkte rückstand oh nein Köhler wurde gefressen das fünfte mal ey ja da kannst du nichts machen da kannst du auch nichts machen ich hab noch mal einen unic glaub ich hab die ganze zeit nur so kleinen crew stelle wobei könnte auch ein trophy sein das geht bei mir gar nichts mehr naja ist ein unic das ist der dritte oder vierte dritte der dritte ne da bist du noch mal da bist du noch mal ordentlich weit oben ich hab auch noch mal ein dritter oder ist aber leicht 1 8 danke das ist egal jetzt habe ich auch mal wieder ein ob zwei unis werde ich in der letzten stunde nicht fangen was hab ich denn da dran was war das denn eben das kann sein ja komisch eben am anfang noch mal ein troffi auf zum punkt ja jetzt weiß nichts mehr jetzt das tut er auch noch mal rein nicht so lange draußen liegen lassen ich überlege ob ich jetzt noch mal mit scheiner mache ich habe noch sieben minuten schon keiner ging bei mir gar nichts also beim üben für uns habe ich für alle scheine gefangen ja als der üben und wettbewerb mal scheiß ich bleibe der große rezent werte platt war dabei jetzt bleib mal dabei ja ich bin sowieso kein freund davon da irgendwie immer dann die taktik auch weg sein ja genau weil wenn du wenn du da schon gut am ball bist weißt und dann schritt nochmal ein troffi wo du noch rezept danke ich habe auch noch mal ein troffi dran wer läuft bei euch bin ich bei 305 hast mich jetzt überholt obwohl mir ein unic fehlt krass ne ja es ist trotzdem 110 punkte mehr als ich vielleicht kommt da doch noch ein unic wer weiß und das meine ich halt ne irgendwie wenn man da ist es so schon bescheid weiß über das über den wettbewerb das bringt schon was nach wo alle fälle und ist regelmäßig spielst dann hast du oder das ist der nächste oha das sind das große oder nein doch nicht das ist der frankie das ist ein kleiner 315 dann oder ist das ein troffi oder ist das ein troffi aus so Luzi ich habe auch gerade nochmal angefangen irgendwann habe ich nochmal dran fünfmal verhauen unten ohne weniger und trotzdem noch so viele punkte ich habe auch viermal köhler gefressen jetzt ja ich habe auch nicht köhler gefressen und zwei oder dreimal eingekurpt weil ich nichts zu wissen habe noch mal ein troffi aber so Luzi ich hole nochmal einen raus wenigstens 340 jo wollte ich gerade sagen ein troffi noch ich mache das mal safe da oben ja gleich ich muss nochmal neu einwerfen ich habe schweißige Hände ich mir gerade ich habe bei mir ich muss nochmal neu einwerfen ne ich muss nochmal neu rein ja 3 Minuten 30 noch wenigstens noch ein Fisch vier Minuten habe ich noch wie habe ich letztes mal gehabt 320 ne ich glaube ja Platz 3 das ist habe ich mich ich S w ich w Oh, Luzi Z Na sie ist seltsam Sehr ordentlich Z Ich vertraue den erst wenn Der schwarze Fall Irgendwo auf dem Zettel steht Bei mir ist gar nichts mehr jetzt Bei mir auch Ich glaube noch irgendetwas dran Aber wenn der Poison Jetzt noch einen Uni fängt Nicht einen normalen Dann ist der Platz 1 Der hat einen schwereren Uni Der ist wieder weg Ich glaube Zwei Minuten noch Wenn es nur ein Fisch gibt Ich habe nochmal Und wo liegt Bad Die ersten 10 Plätze von Bad 1, 3, 4, 5 Bis jetzt 1, 3, 4 und 5 Und 29 Und 29 Und 21 Hallo Oh, wieso beißt denn jetzt nichts mehr Mann, ein Fisch noch Ich habe gerade nichts mehr Ey So ätzend Die letzten 2 Minuten Ja Ich habe 1,30 noch Und ich muss nochmal einmal auswerfen Oh, Conny noch ein Juni Muss ich das wieder Pfannekuchen sagen Dass die Fische beißen Ja, mach Sag ganz schnell Ganz viel Pfannekuchen Pfannekuchen, Pfannekuchen, Pfannekuchen Hat sich nichts getan Jetzt ist noch kein Noch mal Pfannekuchen, Pfannekuchen, Pfannekuchen Ja, hat gewirkt Oh, gibt es Kalle Könnte noch ein Trophy sein Oh, ich habe auch nochmal einen Komm, eine Minute noch Ja, komm, komm, komm Komm, rein damit jetzt Ist sogar ein schwerer Trophy Das ist ein Trophy Ein Uni Das ist glaube ich ein Trophy jetzt bei mir Da habe ich nochmal 15 Punkte Oder ist das ein Normaler Oh nein, das ist ein Normaler Scheiße Dann überholst du mich trotzdem Weil du den schwereren hast Ich glaube ich habe noch einen Trophy 45 Sekunden und nicht mehr Oh, nochmal ein Uni Vielleicht war es ganz schnell Ich habe ausgeworfen 5 Sekunden später War die Pause weg Habe ich nochmal ein Uni? 35 Sekunden Ja, ein Uni Okay, Z Was? Der vierte? WTF? 380 Punkte Das ist dein Sieg Das kann dir keiner mehr nehmen Ist das dein allererster Sieg? Nein, der scheiß Franzose Hat auch nochmal einen Also nach der Umstellung Wär es mein erster Sieg Ich habe vor der Umstellung Schon mal 2.0 gewonnen Ah, siehst du, Tim Platz 3 Ah, nochmal ein Trophy War zwar ein kleiner mit 1,8 Aber Ist egal 36 Sekunden Vielleicht war es noch ein Pläner Meine Uni hat mir auch Sind wir Platz 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 Scheiße Ich glaube, da werden wir noch überholt Na In der ersten Ingame-Stunde Zwei Unis Und in der letzten Ingame-Stunde Zwei Unis Ah, GZ GZ Also viele Fehlbisse im Wahnsinn Ja, so Das Turnier ist geschafft Ich bin 10. geworden Der Lutzemai ist 1. geworden Ich habe 1060 Credits bekommen Und 25 Punkte in meiner Wertung für die Rangliste Ja, wenn euch das Video gefallen hat Klasst ein Like da Und wenn ihr keins mehr verpassen wollt Dann Abo Und schaut auch mal bei den anderen Kanälen vorbei Die unten in der Beschreibung sind Und dann sehen wir uns im nächsten Video Tschüss Und dann sehen wir uns im nächsten Video